Ich bin jetzt in der Mitte meiner 20er und ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, um mal darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich bis hierhin gelernt. Die letzten Jahre ist schließlich viel passiert. Ich habe während meines Medienstudiums eine Firma gegründet, die nach vier Jahren aufgelöst, bin letztes Jahr alleine auf Reisen gegangen und auch über das Thema Leben, Beziehungen und Freundschaften habe ich eine Menge lernen müssen. Wie es brauchte, auch mal eine schmerzhafte Erfahrung, anderes wiederum einfach Zeit. Die wichtigsten Learnings, die teile ich jetzt mit dir. Let's go! Jeder in seinem eigenen Tempo. Zur Schulzeit, da hatten wir ungefähr alle irgendwie den gleichen geregelten Alltag und wir hatten am Wochenende dann Zeit, was mit Freunden zu machen. Doch mit dem Erwachsenensein, da verändert sich das irgendwie. Jeder geht so seinen eigenen Weg und mittlerweile, wenn man in seinem Freundeskreis guckt, dann gibt es vielleicht schon die Erste, die mit ihrem Partner eine eigene Wohnung hat und schon Hunde welpen, während der andere noch bei Mami wohnt. Wenn man selbst noch nicht bereit ist, bestimmte Schritte zu gehen oder auch das Gefühl hat, dass man einfach noch gar nicht bereit ist oder vielleicht auch mal versucht, einen anderen Weg zu gehen, dann kann man schnell das Gefühl haben, dass man irgendwie hinterher ist. Doch tatsächlich ist es ja eigentlich gar nicht so. Jeder hat irgendwie sein eigenes Tempo und es gibt ja Gründe dafür, warum du vielleicht gerade an einem anderen Punkt bist als andere. Und das ist ja dann absolut legitim. Sich das also immer mal wieder vor Augen zu führen, das kann helfen, diesem Gefühl entgegenzuwirken, dass man gerade hinterher ist, sondern dass man das wirklich das Gefühl auch hat, okay, an dem Punkt, an dem ich auch gerade bin, bin ich eigentlich ganz richtig. Lieber ein Buch statt zehn Blinks. Im Internet und vor allem auf Social Media, da werden wir mit Informationen nur so zugeballert. Das Problem dabei ist, dass die Informationen oft aus dem Kontext gerissen werden und so auch unsere Perspektiven auf diese Themen und auf viele Informationen einfach fragmentierter werden. So haben wir vielleicht einen Überblick gewonnen, aber lange keinen Durchblick mehr. Um dem entgegenzuwirken, hat mir vor allem das Lesen geholfen. Und das habe ich tatsächlich entdeckt auch während des Studiums. Man kann auch sagen wiederentdeckt, weil ich es für ein paar Jahre davor tatsächlich aus den Augen verloren hatte. Schule sei Dank. Als ich das wiederentdeckt habe, habe ich gemerkt, was für Welten dir das wiedereröffnet, wenn du dir mal ein Buch zur Hand nimmst. Und was auch für ein tiefgreifendes Verständnis für ein Thema oder auch für eine Geschichte sich daraus ergeben kann. Das kannst du nicht abkürzen und das braucht einfach wirklich Bücher. Da kommt man nicht drum herum. Irgendwann war meine Liste an Büchern, die ich noch lesen wollte, so groß, dass ich gar nicht mehr hinterher gekommen bin. Und dann habe ich Blinkist entdeckt. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Da kann man sich ja in 15 Minuten die Zusammenfassung von Sachbüchern anhören oder auch durchlesen. Und ich dachte, hey, das wäre vielleicht eine coole Abkürzung. Abkürzung hat für mich aber nicht so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ich habe es dann eher genutzt als Zusammenfassung, um zu schauen, ist das etwas, was ich vielleicht auch in langen Form nochmal lesen kann. Aber es führt meiner Meinung nach nichts dran vorbei, sich intensiv mit einem Buch wirklich auseinanderzusetzen. Und es ist wirklich gut investierte Zeit. Spontanität schlägt Planung. Ich denke, ich habe in der Vergangenheit schon viel geplant. Sei es meine Wochen, die Wochenenden oder auch größere Reisen. Und so richtig drum herum kommt man auch gar nicht richtig. Irgendwie muss man alles unter einen Hut bringen im Alltag. Und da hilft ja Planung im ersten Moment. Doch trotzdem sind die besonderen Momente oft entstanden in Situationen, wo eben nicht alles durchgeplant war und wir genau dem Plan gefolgt haben, den wir schon hatten. Abends auch, wenn man sich irgendwie mal mit Freunden trifft und dann aber doch nochmal spontan irgendwie die Abzweigung nimmt, hoch zum Parkdeck, um den Sonnenuntergang von oben zu schauen. Und das sind dann so Momente, die bleiben auch im Gedächtnis. Ich glaube, das hat vor allem was mit der Erwartungshaltung zu tun, weil wenn wir Dinge planen, dann haben wir schon ein konkretes Bild im Kopf. Hingegen, wenn wir spontan Dinge entscheiden, dann handeln wir eher aus einer Stimmung heraus. Und wenn wir die mitnehmen und der quasi folgen, dann nehmen wir auch diese Energie eben mit. Da ist noch kein konkretes fertiges Bild im Kopf, sondern es entsteht, während wir etwas machen und während wir uns für etwas entscheiden. Planen ist sinnvoll. Trotzdem, auch wenn Spontanität schön ist, Planung ist auf jeden Fall sinnvoll. Und das habe ich auch in den letzten Jahren wirklich lernen müssen. Egal, ob das jetzt die Reise ist, wo es um Impfung auffrischen geht, Visum zu organisieren, da hat man ja viele Schritte, die man also im Vorhinein einfach planen muss. Oder ob es auch die Woche ist. Also die Woche wirklich am Anfang zu planen. Manchmal habe ich es auch Freitag schon gemacht, im Voraus die kommende Woche zu planen. Und das war immer gut. Sonst würde ich irgendwie in den ganzen Aufgaben und Tarasses einfach versinken. Und das Schöne vor allem daran ist, dass selbst wenn dir Dinge wieder reinflattern, hast du schon deine Struktur und du gehst nicht komplett unter. Ich muss sagen, manchmal ist es mir natürlich auch nicht ganz so gut gelungen. Das heißt, wenn dann innerhalb der Woche einfach noch Dinge reinkamen, die jetzt gerade wichtig waren oder vor allem dringend, dann hat es doch das ein oder andere Mal den Plan ziemlich über den Haufen geworfen. Trotzdem, immer noch besser als hätte ich gar nicht geplant. Laut schreien kann helfen. Ja, ich meine, ich glaube, als Kinder sind wir das noch eher gewohnt, einfach mal loszuschreien, weil wir auch heulen und dabei auch schreien oder auch mal die Eltern anschreien oder so. Und dann irgendwann flacht das so ein bisschen ab und wir werden erwachsen und schämen uns vielleicht auch für unsere Wut oder das, was da ist. Und wenn du wieder damit anfängst, ist es erst mal komisch, weil es ist jetzt nicht so, was du im Alltag so machst. Und dann können da auch Hemmungen sein. Und deswegen das paar Mal zu üben, gemeinsam zu schreien, draußen zu schreien, wo dich vielleicht niemand hört oder ins Kissen zu schreien, auch richtig gut. Und dann irgendwann kommt das so richtig inbrünstig raus. Fiktionale Bücher sind underrated. Ich muss sagen, die letzten Jahre waren auch viel davon geprägt, was mir ein Buch genau bringen kann. Also was ich daraus lernen kann, was ich irgendwie im eigenen Leben integrieren kann. Dementsprechend habe ich mich viel mit Ratgebern aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung auseinandergesetzt. Doch irgendwann habe ich gemerkt, die Ansätze und die Gedanken und die Muster dieser Bücher, die wiederholen sich irgendwie. Erst kürzlich in meiner Zeit in Japan, habe ich Murakamis Wilde Schafsjagd entdeckt. Das ist eine super spannende und skurrile Detektivgeschichte. Und der Erzähler, der hat dann auch eine Freundin mit übernatürlich schönen Ohren. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, warum ich da wieder den Zugang auch zu Romanen gefunden habe. Es ist ja nicht immer dieser Fokus auf Learnings, auf Mehrwert, sondern hier geht es auch einfach mal wirklich darum, eintauchen in der Geschichte mit interessanten Figuren und sich da einfach wirklich mal mitnehmen lassen. Und Romane arbeiten nicht immer nur auf ein Ziel hin, sondern es ist vor allem der Weg, der das Ganze einfach so schön macht. Und deswegen auf jeden Fall ab und zu mal wieder den Ratgeber beiseite legen und zum Roman greifen. Feedback einholen von den richtigen zur richtigen Zeit. Das Thema Feedback war für mich die letzten Jahre ein sehr, sehr spannendes Thema und hat sich unheimlich viel getan. Während ich zum Anfang, würde ich sagen, am Anfang meiner 20er noch sehr perfektionistisch unterwegs war und Dinge eigentlich so gar nicht zeigen oder teilen wollte, sondern erst sollte es wirklich richtig gut sein und dann hätte ich es rausgebracht. Aber heute ist es vielmehr so, dass ich Leute, die mir sehr gutes Feedback geben können, immer mit einbeziehe schon in dem Prozess und so auf dem Weg auch schnell die Anpassung machen kann, bevor es dann irgendwie fertig ist. Zudem geht es auch darum, wen genau fragst du um Feedback. Denn tatsächlich, wenn du fünf verschiedene Personen fragst zu irgendeinem Thema, kriegst du meistens fünf verschiedene Meinungen. Eltern zum Beispiel, die konnten mir nie so richtig fundiertes Feedback geben zu meinen Video- und Filmfähigkeiten, auch wenn ich sie daraufhin gefragt habe, weil sie vielleicht nicht dieses tiefe Verständnis hatten, was es braucht für das Handwerk, damit ich darin besser werden kann. Und natürlich wollten sie auch nicht meine Motivation killen und haben mir vielleicht deswegen auch ein bisschen freundlicheres Feedback gegeben, was auch gut war. Deswegen sitze ich noch hier und zeichne das gerade auf. Ich glaube, am meisten weiterentwickelt habe ich mich, als ich angefangen habe, die Videos auf fremden Menschen zu zeigen, Leute, die mich nicht so gut kennen und auch dann auf YouTube vor sechs Jahren mit den ersten Reisevideos in Australien gestartet bin. Und so konnte ich dann wirklich das erste Mal richtiges Feedback einholen von Leuten, die mich nicht kennen, die nur meine Videos schauen und wirklich gucken, ja, ist das denn überhaupt sehenswert? Da war zum Beispiel so ein Kommentar dabei, richtig guter Edit, hat mir gut gefallen, nur die Musik war ja richtig kacke. Und seitdem lege ich tatsächlich auch mehr Wert auf die Musikuntermalung. Übrigens, nicht jeder kann mit den Ohren wackeln. Veränderung ist die einzige Konstante. Diese Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht. Dinge können sich so schnell von jetzt auf gleich einfach komplett ändern. Also letztes Jahr war mein Leben ein komplett anderes. Ich habe in einer anderen WG gewohnt. Ich habe gerade meine Firma aufgelöst. Ich bin auf Reisen gegangen. Und jetzt bin ich einfach schon wieder zurück von der Reise in einer komplett neuen Umgebung, in einer neuen WG. Ich fange nächste Woche einen neuen Job an. Also es ist so viel Veränderung immer drin. Auch Veränderung, mit der man nicht unbedingt rechnet. Und ich glaube, zum Anfang ist es immer sehr, sehr beängstigend oder einschüchtern. Kann es auf jeden Fall sein. Aber genau darin liegt ja auch das Potenzial, wieder sich auf neue Situationen einzulassen und dadurch auch zu lernen. Und ich hoffe, dass ich diese Offenheit auch für Veränderungen, solange es geht, bewahren kann. Auch bis ich alt bin, bis ich dann der Opa bin im Schaukelstuhl. Dass ich das, solange es geht, bewahren kann. Möglichkeitsräume schaffen. Auf Reisen oder einem Spontantrip in den Wald oder in eine unbekannte Stadt. Mal aus dem Alltag und den festen Strukturen auszubrechen und sei es nur für eine kurze Zeit, das kann unheimlich wertvoll sein. Erst in der Distanz sehe ich viele Dinge klarer. Meine Beziehungen, Freundschaften und den Weg, den ich gerade eingeschlagen habe. Und kann den dann bewerten und vielleicht auch Anpassungen vornehmen. Man könnte diese Zeiten außerhalb des geregelten und des alltäglichen als Möglichkeitsräume bezeichnen. Weil man nur in diesem Raum wirklich mal groß denken kann, seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, Ideen mal sprudeln lassen kann und eigentlich sehen, was noch möglich ist. Und je öfter wir diese Möglichkeitsräume kreieren, je öfter wir groß denken und träumen, desto eher können wir auch Dinge im Alltag erreichen, wo wir vorher gar nicht dachten, dass sie eigentlich möglich wären. Die Natur ist ein Energieort. Dieses Jahr habe ich wirklich ein neues Level an Verbundenheit erreicht mit der Natur. Das ist vor allem auch dem geschuldet, dass ich auf Reisen einfach viel in der Natur unterwegs war. Und auch die Pilgerwanderung alleine über 5, 6 Tage, die hat nochmal das Band zur Natur gestärkt. Überhaupt dieses in Bewegung sein, auch draußen, das hat sich ganz, ganz tief jetzt verankert, auch in meinem Alltag. Ich gehe mittlerweile jeden Tag spazieren, ich habe den Drang rauszugehen und einfach unterwegs zu sein. Und das natürlich am liebsten im Wald, in der Natur, in den Bergen. Das ist auch etwas, was ich gar nicht als Routine irgendwie erst erschaffen muss, sondern das ergibt sich ganz natürlich aus mir heraus, ganz intrinsisch. Und das ist auch super wertvoll, wenn das Gefühl irgendwann da ist, dass der Körper weiß, es tut dir einfach gut, es zieht dich nach draußen, du musst dich irgendwann gar nicht mehr pushen. Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt dir die Zeit die Freunde. Es tat so gut, nach Hause zu kommen von der Reise und in ein Umfeld wieder zurückzukehren, wo deine Freunde da sind, wo du wieder witzige Abende haben kannst mit einfach Leuten, denen du vertraust. Und zu 100 Prozent, wo du einfach du sein kannst, wo du nicht erst mit einem Smalltalk starten musst, sondern einfach direkt reingehst und Quatsch machst oder auch in den einen oder anderen Deeptalk reingehst. Und das war wirklich, wirklich super wertvoll, das Gefühl. Es gibt übrigens auch Untersuchungen, die zeigen, dass erfolgreiche Menschen tendenziell zu wenig in ihre Freundschaften investieren. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn das so ist, dann will ich gar nicht erfolgreich sein. Alleine reisen ist Abenteuer. Mehr als drei Monate war ich letztes Jahr das erste Mal alleine auf Reisen, an komplett unbekannten Orten mit Menschen, die ich nicht kenne und auch in Ländern, in denen ich noch nicht war. Und das war natürlich ein ganz schönes Brett. Nur du selbst, nur mit dem, was dir Gott gegeben hat, musst du dich zurechtfinden in einer komplett fremden Umgebung. Und daran wächst man natürlich. Doch es gab auch harte Seiten. Alleine reisen ist nicht immer cool. Alleine reisen ist vor allem dann nicht cool, wenn du krank bist, weil du keinen hast, der sich um dich kümmert. Vielleicht hast du das Glück, gerade irgendwie bei einer Gastfamilie zu sein oder auch in einem Hostel Leute zu haben, mit denen du schon die Tage davor gechillt hast. Aber wenn du gerade mehr oder weniger auf der Durchreise bist und dann trifft es dich extrem, dann musst du zusehen, wie du alleine wieder fit wirst. Weil gerade die Zeit alleine in einem fremden Land, wo du nicht weißt, okay, werde ich hier medizinisch irgendwie gut versorgt, hat bei mir auch zu Ängsten geführt und das wiederum zu Unsicherheit. Also da hat mir wirklich das vertraute Umfeld gefehlt, muss ich ehrlich sein. Aber darüber habe ich auch noch ein Video gemacht, mein Fazit zum Alleinreisen. Das kannst du hier oben noch einmal klicken. Der Mensch ist ein Herdentier. Ich habe es in mir drin, glaube ich, schon immer gespürt, aber erst auf der Reise habe ich das so richtig gemerkt. Ich glaube, wir Menschen, wir gehören einfach in Gemeinschaften und in Gruppen. Wir können mal für eine Zeit lang alleine unterwegs sein. Wir können Me-Time auch absolut, okay, du brauchst auch mal die Zeit für dich selbst. Aber langfristig glaube ich kaum, dass wir Menschen dazu gemacht sind, wirklich komplett alleine zu leben. Es braucht einfach dieses verbindende Element. Und warum sage ich auch Herdentier? Ich glaube, dass in der Herde sich die Individuen, dass sie sich zusammen besser ergänzen. Und ich glaube, so ist es nämlich auch. Ich weiß, was ich kann, aber ich weiß auch genauso gut, was ich nicht kann. Und ich weiß aber, dass viele Menschen in meinem Umfeld Dinge können, die ich gar nicht kann. Und das zusammenzubringen, da an Projekten zum Beispiel zu arbeiten, sich gegenseitig einfach im Alltag zu unterstützen oder durch Gespräche nochmal eine andere Perspektive einzubringen, das, glaube ich, brauchen wir einfach. Ganz wichtig ist auch das Thema Verbundenheit in dem Kontext, weil ich nur, wenn ich mich verbunden fühle und auch weiß, dass Menschen hinter mir und meinen Entscheidungen stehen, kann ich wirklich 100% nach vorne gehen. Ich weiß, da bin ich immer noch ein bisschen abhängig auch von anderen Menschen, aber ich brauche dieses Gefühl des Supports, um wirklich selbstbewusst, motiviert nach vorne gehen zu können. Am Ende geht es ja vor allem auch um das Teilen. Und ich glaube, deswegen mache ich auch YouTube und deswegen habe ich auch so eine Freude daran, weil ich ja weniger euch sage, irgendwie das und das müsst ihr tun, sondern ich entdecke zusammen mit euch, während ich hier dieses Video produziere, die Welt, das Leben, lerne dazu. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was Christopher McKinley in Into the Wild meinte, als er in seinem letzten Tagebucheintrag schrieb. Happiness is only real when shared. Geduld will gelernt sein. Vor zwei, drei Jahren, da war ich so ein klassischer mit dem Kopf durch die Wand Typ. Ich wollte immer alles sofort und jetzt und nichts konnte eigentlich schnell genug gehen. Doch ja, ich musste über die Zeit auf jeden Fall schon lernen, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen, wie zum Beispiel Erfolg im Job, eine gute Beziehung zu führen. All das sind Dinge, die müssen auch erst reifen. Das ist nicht wie im Gaming, wo wir Instant Gratifications bekommen oder auch wenn wir es von Netflix und Lieferando gewöhnt sind. Nicht alles kriegen wir immer sofort. Zum Beispiel erst mal mehrere Monate arbeiten, um mir meine Reise zu verdienen. Oder die besten Freundschaften, die ich jetzt führe, die musste erst mal jahrelang durch viele Hoch- und Tiefs gehen, damit sie zu der Qualität gekommen sind, die sie aktuell haben. Denn gut Ding will Weiler haben. Fokussiere den Prozess. Ziele wirklich zu erreichen, habe ich die Erfahrung gemacht, fällt vor allem dann schwerer, wenn wir die Zielerreichung anvisieren, also wirklich den Punkt in der Zukunft. Den brauchen wir, aber trotzdem liegt der noch in der Ferne und ist gerade noch nicht erreichbar und oft zu wenig greifbar für uns. Für YouTube habe ich mir deswegen zum Beispiel als Ziel gesetzt, nicht eine bestimmte Abonnentenzahl oder eine gewisse Klickzahl, denn die kann ich auch nicht beeinflussen. Und die liegt auch noch etwas in der Ferne, sondern wie oft ich Videos hochlade und in welcher Qualität. Oder zum Beispiel, dass ich alle eure Kommentare beantworte. Kleine Einladung, ein nettes Kommentar zu hinterlassen. Denn das ist ja etwas, auf das ich mich konzentrieren kann und das ich beeinflussen kann. Und gerade weil ich es beeinflussen kann, hält es mich auch motiviert und deswegen bleibe ich dran. Unterstützende Ziele setzen. Auf dem Weg, sich seine Träume und Wünsche zu erfüllen, kann man ziemlich schnell und ziemlich leicht abgebracht werden im Alltag. Ich glaube, jeder und jede von uns kennt das. Was also wichtig ist, ist das, was uns wichtig ist, zu beschützen. In der Psychologie nennt sich das Ganze Goal Shielding. Wenn das Erreichen eines Ziels mit dem Erreichen eines anderen Ziels im Konflikt steht, dann muss man gegebenenfalls neu priorisieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dabei bin, ein Business aufzubauen, mir aber gleichzeitig auch wichtig ist, viel Freizeit zu haben, könnte sein, dass diese Ziele irgendwie im Konflikt miteinander stehen. Also muss ich neu priorisieren. Im besten Fall hast du Ziele, und das kann man auch sehr, sehr gut Anfang des Jahres machen, aber auch im Laufe des Jahres, die sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel zwei Ziele sind für mich, einmal viel mehr Outdoor-Sport zu machen und damit draußen zu sein, wandern, Radfahren, schwimmen und auf der anderen Seite viel mit Freunden auch zu unternehmen. Und das sind natürlich beides Aktivitäten, die man auch sehr gut zusammenbringen kann, indem man einfach die Freunde mitnimmt zu diesen geilen Aktivitäten. Leidenschaft ist überbewertet. Es gibt sie, die Menschen, die schon ihr Leben lang Arzt oder Polizist oder Anwalt werden wollen und auch genau das machen. Aber vielleicht gehörst du, wie ich, zu den Menschen, die sehr, sehr, sehr viele Interessen haben und sich auch vorstellen können, einfach viel beruflich zu machen, auch an Hobbys, nie ein Problem hatten, irgendein Hobby zu finden. Und es eher immer schwierig war, einen gewissen Fokus zu finden für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Und gerade weil man so viele Facetten hat, kann es auch eben sein, dass man nicht die eine große Leidenschaft hat, wo man sagt, das ist der Weg, den möchte ich jetzt gehen. Und vielleicht fängt man dann an zu zweifeln. So war es jedenfalls bei mir und ich habe überlegt, okay, muss ich jetzt dieses eine große Ding finden? Aber tatsächlich ist es auch oft so, dass wir das nicht einfach schon, ja, naturgegeben mit uns bringen, sondern vielleicht auch erst entdecken müssen. Beim Selbstexperiment zu leben wie Goethe, da habe ich erfahren, dass er selbst einer der größten Deutschen und Dichter eine seiner größten Faszinationen durch Zufall entdeckt hat. Ich beschäftige ihn. Goethe hatte keine Ahnung vom Bergbau. Dann hat er sich also im Rahmen seiner Tätigkeit damit beschäftigen müssen, hat also versucht, diesen Bergbau in Ilmenau wieder zu beleben. Das hat alles nicht geklappt, aber daraus, aus dieser Beschäftigung kam dann tatsächlich ein Interesse für Gesteine, für Mineralien. Und er fing dann also an, Mineralien zu sammeln und hat sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, hat eine sehr große Mineraliensammlung. Oft entwickeln wir also eine Leidenschaft für Dinge, während wir sie tun. Werte wirklich leben. Ich glaube, viele von uns entwickeln in den Zwanzigern wirklich ihre Kernwerte, die sie auch ihr Leben noch mitnehmen. Es gibt natürlich Werte, die sich ändern, aber die fundamentalen Werte, ich glaube, die werden vor allem in den Zwanzigern gesetzt. Ich glaube, dafür sind die Zwanziger auch beschreibend, dass das die Zeit ist, in der wir unsere Werte wirklich weiterentwickeln. Während wir in der Jugend vielleicht ein bisschen mehr diesen Gruppenzwang auch hatten und vor allem geschaut haben, okay, wie können wir gut in einer Gruppe funktionieren, schauen wir viel mehr, was ist uns als Person wichtig im Leben. Und das passiert vor allem in den Zwanzigern. Und gerade in dieser Zeit auch den Weg freizumachen, nah an seinen Werten zu leben, sei es im Hobby, sei es im Beruf, sei es im Aktionismus, was auch immer man angeht, da möglichst nah ranzukommen, also an seinen Werten zu leben, ich glaube, das ist die Herausforderung von uns allen. Ich bin da ganz bei Einstein, der schon sagte, Also, versuch nicht ein Mensch zu werden, der nach Erfolg strebt, sondern ein Mensch zu werden, der nach Werten lebt. Übrigens, auch wenn Einstein das noch nicht in die Sprache integriert hatte, das Zitat gilt natürlich auch für Frauen. Okay, also, viele von diesen Learnings, die ich jetzt mit dir geteilt habe, in dem bin ich auch noch nicht immer richtig gut. Stichwort Thema Geduld. Oft muss ich mir diese Learnings auch immer wieder vor Augen führen, um sie wirklich auch in meinem Leben zu implementieren. Mich interessiert jetzt, was waren denn deine wichtigsten Learnings in den Zwanzigern? Wenn du zuerst Anfang 20 bist, würde mich das trotzdem interessieren. Wenn du schon deine Zwanziger hinter dir hast, dann erst recht. Teil das gerne mal mit uns unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns auf jeden Fall schon sehr bald wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.